marte herzlich willkommen zu meiner hans wurst reihe als intro für dieses video kommt das für die videos kommt dieses video ich habe noch ein bisschen farbe im gesicht ist aber nicht schlimm ich komme direkt aus dem atelier hans wurst ist in einer gewissen weise tatsächlich ein erfolg geworden als künstlerisches projekt es hat 1000 likes 1000 views hans wurst 4 nicht so viele und das statement zu hans wurst ich weiß auch nicht wie viele ich werde die videos separieren aus dem freestyle ordner und deswegen lade ich alle herzlich ein zu der hans wurst reihe ihr es Untertitelung des ZDF, 2020